Und damit kommen wir jetzt zum nächsten Einzelplan, wohl einer der Bereiche, die in der letzten Zeit hier am lautstärksten diskutiert wurden. Der Etat von Bundesumweltministerin Svenja Schulze, der soll jetzt nach der Bereinigungssitzung noch mal höher werden. Insgesamt 2,97 Milliarden kann Svenja Schulze einplanen. Denn unter anderem waren ja in der ersten Sitzung einige Ausgaben für den Klimaschutz noch nicht drin. Das ist jetzt anders und deswegen sind hier unter anderem noch mal zusätzliche Gelder hinzugekommen. Denn nicht nur die Fridays for Future-Demonstrationen, auch andere Demonstrationen haben ja die Politiker dazu bewogen und auch die Bundesregierung mehr für den Klimaschutz zu machen. Zum Beispiel soll ja die Umsatzsteuer auf Fernverkehrtickets der Bahn gesenkt werden. Jetzt sind es noch 19 Prozent. Im nächsten Jahr sollen es dann 7 Prozent werden, um halt solche Fahrten billiger zu machen, um mehr Menschen zu motivieren, die Bahn zu nutzen, klimafreundlicher zu verreisen. Aber in diesem Etat wird es natürlich auch zum Beispiel um Geld für den Ankauf von Emissionsrechten gehen. Es wird auch darum gehen, wie man mit Atommüll umgehen kann, was man da ausgeben kann für die Endlagerung etc. Aber genaueres werden wir jetzt zunächst von der Opposition hören. Denn als erstes ist angekündigt Karsten Hilse von der AfD. Und er steht schon auf. Und Karsten Hilse ist auch, das will ich auch noch dazu sagen, umweltpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Herr Präsident, Frau Präsidentin, Entschuldigung. Meine Damen und Herren, liebe Landsleute, vor allen Dingen Bauern, liebe Bauern am Brandenburger Tor. Auch dieser Haushalt entspricht nicht dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Und so wie in den letzten Jahren wird Geld für sinnlose und teilweise selbstzerstörerische Unterfangen ausgegeben. Die ganze Welt wird großzügig mit dem von deutschen Arbeitnehmern hart erarbeiteten Steuergeld beschenkt. Im Gegensatz zu den meisten Regierungen dieser Erde steht für Sie das Wohl und Wehe des eigenen Volkes ganz hinten an. Deswegen möchte ich Sie noch einmal höflichst darauf hinweisen, dass Sie nicht von teilweise korrupten Staatsmännern, Lobbyvereinigungen und Nichtregierungsorganisationen, sondern von einem zwar zum Glück immer kleiner werdenden Teil, aber trotzdem vom deutschen Volk gewählt werden. Und deshalb ist es Ihre Pflicht und Schuldigkeit, zu vordersten Interessen dieses deutschen Volkes zu vertreten. Mit den Ausgaben für Ihre sogenannte Klimaschutzpolitik verschwenden Sie auch in den nächsten Jahren hunderte Millionen Euro des deutschen Steuerzahlers, ohne dass es dafür eine wissenschaftliche Begründung gebe. Ihre Rechtfertigung sind Klimakomputermodelle, die erstens komplett versagen, weil die vorhergesagten Temperaturen und die real gemessenen Daten immer weiter auseinanderdriften und von denen der sogenannte Weltklimarat des IPCC selbst weiß, dass sie zukünftige Klimazustände nicht errechnen können. Im dritten IPCC-Bericht heißt es, wir müssen erkennen, dass es sich beim Klima um ein chaotisches, nicht lineares System handelt und deshalb Vorhersagen zu künftigen Klimazuständen nicht möglich sind. Auch die über zig Jahre andauernde mit vielen Milliarden Euro auch aus dem Bundeshaushalt finanzierte Forschung hat keinen einzigen Beweis erbringen können, dass der Mensch mit seinen CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflusst. Und selbst wenn Ihre Theorie stimmte, würde Deutschland bei einer Reduzierung seiner CO2-Emissionen in Jahresfrist die theoretische Temperaturerhöhung um 0,000653 Grad Celsius per Ringern. Für diesen aberwitzig geringen Wert auch nur einen einzigen Cent auszugeben, ist Verrat am deutschen Steuerzahler. Diese unsinnige Weltuntergangstheorie ist aber Ihre Begründung für eine gnadenlose Ausplünderung der Menschen, die Zerstörung über Jahrhunderte geschaffener Kulturlandschaften, die Vernichtung unserer wirtschaftlichen Grundlagen und die Drangsalierung von selbstständigen Arbeitnehmern und Bauern. Gerade die Bauern, die mit ihrer Hände Arbeit täglich für gesunde Lebensmittel sorgen, machen Sie für Folgen verantwortlich, die Sie selbst zu verantworten haben. Der Rückgang von Insekten und Vögeln, die diese als Nahrung nutzen, ist zu einem nicht unerheblichen Teil Ihrer unsinnigen Energiewende geschuldet. Da Sie davon ausgegangen sind, dass sich die deutschen Bauern sowieso nicht wehren, haben Sie sie als Sündenböcke auserkoren. Wie sehr Sie sich bei dieser Einschätzung geirrt haben, können Sie heute sehen. Die Bauern stehen auf und ich hoffe sehr, dass die Arbeitnehmer der Auto- und Schwerindustrie, der chemischen und vor allen Dingen der Stromindustrie und alle anderen Menschen ihre Stimme erheben und gegen diesen ideologischen Unsinn aufbegehren werden. Noch können Sie diese mit ihrer auf allen Kanälen und zu jeder Zeit laufenden in einer pseudowissenschaftlichen Verdummungskampagne für noch höhere Steuern, für noch mehr Umweltzerstörung, für die Hinnahme ihres Arbeitsplatzverlustes gefügig machen. Offensichtlich braucht es in diesem Land ein neues Zeitalter der Aufklärung. Dieses Zeitalter hat mit dem Einzug der AfD in alle Landesparlamente und in den Bundestag begonnen. Lassen Sie sich noch eins mit einem Zitat von Abraham Lincoln gesagt sein. Man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und das ganze Volk einen Teil der Zeit. Aber man kann nicht das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sagt Carsten Hilse. Und ich möchte gerne noch nachliefern. Am Anfang vor seiner Rede gab es hier ein bisschen ein Hin und Her, weil Carsten Hilse einen Anstecker angetragen hatte. Und hier am Rednerpult darf man eben keine politischen Symbole zeigen. Deswegen war das noch ein bisschen verspätet. Jetzt aber Andreas Schwarz ohne Anstecker. Bei der SPD sitzt er im Haushaltsausschuss. Der Vater Hilse war ja müde. Das entschuldigt manches. Meine Damen und Herren, wer lange genug in der Politik ist, der weiß, selten kann man so richtig zufrieden sein mit dem Erreichten. Und ich will ganz, ganz klar sagen, der Kompromiss ist auch unverzichtbar in der Demokratie. Und John F. Kennedy hat es auf den Punkt gebracht, der mal gesagt hat, und es passt auch zur Debattenlage in unserem Land, einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Aber wenn ich auf den Einzelplan von Bundesumweltministerin Svenja Schulze blicke, dann kann ich an meine Kollegen, vor allen Dingen von der Union, nur eines sagen, Ingo Gädichens. Das haben wir ordentlich hingekriegt. Und das war auch gut so. Und warum ist das so? Der Haushalt des Umweltministeriums wurde in den letzten beiden Jahren bereits deutlich besser ausgestattet als in der Vergangenheit. Mit dem Haushalt 2020 haben wir die Situation nochmals deutlich verbessern können. Und gerne verrate ich Ihnen auch, wie wir das geschafft haben. Die Ausgaben im Einzelplan 16 steigen von 2,28 Milliarden auf nahezu 3 Milliarden. Und da sind auch viele Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz enthalten. Und wir sollten zudem nicht vergessen, obendrauf kommen zusätzlich noch ressortübergreifende und milliardenschwere Maßnahmen aus dem Energie- und Klimafonds. Und gerne plaudere ich hier auch mal aus dem Nähkästchen. Erstens. Wir verstärken das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 und den Klimaschutzplan um zusätzliche 7 Millionen Euro. Zweitens. Europäische Klimaschutzinitiative wird um 9 Millionen Euro erhöht. Drittens. Die Exportinitiative in Grüne und nachhaltige Umweltinfrastruktur erhöhen wir sogar um 10 Millionen jetzt auf 15 Millionen Euro. Und ist das schon gewesen? Und ich und auch mein Kollege Andi Mattfeld von der Union, wir teilen eine große Leidenschaft. Und zwar ist es der Kampf gegen die Vermüllung mit Plastik unserer Meere. Da konnten wir bereits im letzten Haushalt ein Meeresmüllbekämpfungsprogramm auflegen, das richtig gut anläuft. Und wenn etwas funktioniert, never change a winning system, dann stärken wir Haushälter dieses System natürlich auch. Und wir satteln nochmals 15 Millionen Euro in den kommenden Jahren hier drauf. Und auch die Investitionen in den Klimaschutz im Ausland, auch da werden wir unserer internationalen Verpflichtung, kommen wir hier nach, auch hier werden nochmal 100 Millionen Euro zusätzlich hineinfließen. Liebe Svenja Schulze, es gibt Fraktionen im Bundestag, die reden nur vom Klima- und Umweltschutz. Wir können für uns beanspruchen. Wir machen den sogar. Was können Menschen und Natur von uns noch erwarten? Erstens. Artenschutz steht bei uns in Deutschland ganz vorne. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt und damit verbundene Insektenschutzprogramme wurden bereits im Entwurf von Olaf Scholz um 8 Millionen Euro gestärkt. Und in der Bereinigungssitzungsnacht konnten wir nochmal 2 Millionen Euro oben aufpacken. Zweitens. Wir verdoppeln den Wildnisfonds von 10 Millionen auf 20 Millionen Euro. Und ich freue mich, weil viele Kolleginnen und Kollegen mich darauf ansprachen, dass wir jetzt auch es geschafft haben, das blaue Band bis 2023 ordentlich auszufinanzieren. Und noch ganz kurz einige Worte zum EKF. Das größte Projekt des Bundesumweltministeriums, eine CO2-freie Industrie, wächst von 15 Millionen, jetzt in 2020 auf 80 Millionen und in den kommenden Jahren sogar auf 626 Millionen Euro. Das ist ein Meilenstein in der Umstellung unserer Industrie und auch eine große und aktive Industriepolitik. Aber wir investieren auch einen hohen zweistelligen Betrag in unsere Wälder und in unsere Moore. Beides unverzichtbare Elemente beim Erreichen unserer Klimaziele. Und meine Damen und Herren, noch ein tolles Programm zum Schluss. Und diese Nachricht ist eine besondere Freude für mich, auch vor dem Hintergrund, dass ich mal Bürgermeister war. Mit dem Kollegen Andreas Mattfeld konnte ich erreichen, dass wir im EKF 100 Millionen Euro in die Zukunft, in die Anpassung urbaner Räume, an den Klimawandel investieren. Hier erwarten wir natürlich vom Bundesinnenministerium eine zügige und unbürokratische Umsetzung. Nicht nur die Bürgermeister in Deutschland freuen sich auf dieses Programm, sondern auch die Menschen in den Städten und Gemeinden werden hier letztendlich auch mitgenommen. Man sieht, wir gehen mit Mut und Tatkraft an die Umweltpolitik. Wir arbeiten nicht mit Angst. Und man merkt, Politik kann so furchtbar praktisch sein. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Schwarz. Nächste Rednerin, Ulla Innen für die FDP-Fraktion. Und Ulla Innen sitzt im Haushaltsausschuss für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, getrieben von der Fridays-for-Future-Bewegung hat der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition vor zwei Wochen eine ganze Reihe an Gesetzen und Maßnahmen, das sogenannte Klimapaket, beschlossen. Aber dieses Klimapaket ist aus unserer Sicht einfach nur mit heißer Nadel gestrickt worden. Sonst hätte man es ja sicherlich auch ordnungsgemäß mit dem gesamten Haushalt schon mal vorgelegt. Denn natürlich hat das Klimapaket Auswirkungen auf den Haushalt. Für uns ist in dem Klimapaket bis heute kein Konzept erkennbar, der Gestaltungswille und eine Vision für unsere Zukunft fehlt. Und ich möchte daran erinnern, dass die Klimapolitik der Bundesregierung uns ein bisschen an den Satz von Karl Popper erinnert. Der hat nämlich geschrieben, der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, produziert stets die Hölle. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass Klimaschutz, so wie er im Moment angelegt ist, uns nicht in die Hölle führt, sondern wir haben viele Dinge dabei zu berücksichtigen und wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Der Klimaschutz ist im Haushalt überwiegend im EKF an Geldern zu finden. Aber wer da den großen Wurf erwartet, der wird enttäuscht. Was uns vorliegt, ist ein größerer Fonds als zuvor, der aber unter den gleichen strukturellen Problemen leiden wird wie bisher. Es ist ein Sammelsurium an Maßnahmen und das Ministerium oder die beteiligten Ministerien am EKF wird auf einem guten Teil des Geldes sitzen bleiben. Denn es wird genauso sein wie bisher. Es ist viel Geld eingestellt, aber die Maßnahmen greifen nicht und das Geld fließt nicht ab. Es gibt einige zaghafte positive Ansätze, wie zum Beispiel Einsatz von Wasserstoff oder neuer Technologie wie Power-to-X, die aus unserer Sicht aber viel entschiedener vorangetrieben werden müssen. Zum Beispiel mit unserem Antrag, den wir vor kurzem eingebracht haben, Wasserstoff ist das neue Öl. Auch dieser sehr schöne Satz, Wasserstoff ist das neue Öl, wurde ja jetzt nach zwei Wochen von Frau Karliczek kürzlich adaptiert, wenn ich das so sagen darf. Für den Klimaschutz, den Sie federführend mitverantworten, Frau Ministerin, glauben wir, dass das beschlossene Klimapaket nicht allzu viel bringen wird, weil es aus unserer Sicht ein ineffizientes Stückwerk ist, Maßnahmen sich widersprechen. Den Mut, einen echten Emissionshandel mit einer CO2-Obergrenze auf den Weg zu bringen, hat die Große Koalition leider nicht aufbringen können. Doch genau das hätte es für unseren effizienten Klimaschutz gebraucht. Dafür aber bekommt das Bundesumweltministerium 288 neue Stellen, einen Aufwuchs von 7,6 Prozent. Ob die Umwelt davon wirklich profitiert, werden wir sehen müssen. Sehr geehrte Frau Ministerin, der Bundesrechnungshofbericht zum Umgang mit externen Beratungsleistungen in Ihrem Hause hat uns ja allen die Augen geöffnet. Ich möchte darauf eingehen, weil ich auch zu den damaligen Fragestellern gehört habe. Wir gehen also fortan davon aus, dass Sie künftig, anders als bisher, dem Parlament auch mitteilen, wenn Sie externe Beratung in Anspruch nehmen. Wir gehen nicht nur davon aus, dass auf parlamentarische Anfragen künftig korrekt geantwortet wird. Und wir gehen auch nicht nur davon aus, dass Sie uns die Liste der Aufträge zwischen 2014 und 2018 noch nachliefern, sondern dass Sie bei so viel mehr eigenem Personal auch generell häufiger in der Zukunft auf externe Berater verzichten werden. Sie, Frau Ministerin, müssen noch viel häufiger den Mut beweisen und überflüssige und schlecht laufende Programme notfalls streichen. Das haben wir Ihnen mehrfach vorgeschlagen. Das Umweltressort leidet in besonderem Maße unter einem Umsetzungsdefizit und damit unter einem mangelhaften Mittelanfluss. Jedes Jahr weist Ihr Haushalt erhebliche Mittelreste auf. Aber auch widersprechende Dinge finden wir. Gerade eben vorher hat der Kollege Spiering für die CO2-Senke des Waldes geworben. Gleichzeitig erhöht die GroKo den Wildnisfonds um das Doppelte, um 10 Millionen. Der Wildnisfonds führt aber dazu, dass CO2 emittiert wird. Wie ist das, unter einen Hut zu bringen? So gibt es viele Dinge bei dem Thema Klimawandel, der bereinigt werden sollte. Uns fehlt massiv was zum Thema Klimaanfassung. Und ich möchte noch ein Projekt erwähnen, den Lärmblitzer, der gerade in Paris getestet wird, den Hannover jetzt auf den Weg gebracht hat, den Sie nicht übernommen haben. Technologieoffenheit fehlt in dem Haushalt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ulla Innen von der FDP-Fraktion fordert Technologieoffenheit für den Haushalt. Mal sehen, ob der nächste Redner darauf eingeht. Ingo Gedichens von der CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Umwelt- und Naturschutz ist ein Hauptthema in der Gesellschaft, hochaktuell. Und eigentlich hätte es eine größere Aufmerksamkeit hier auch im Plenarsaal verdient. Aber Sie haben vorhin beim Wechsel des Einzelplanes gemerkt, dass viele Kolleginnen und Kollegen rausgegangen sind, um zu den Bäuerinnen und Bäuern zu gehen, die sich in vielfacher Hinsicht auch als Naturschützer sehen, die auf Tierwohl achten. Und wo es sehr viele Parallelen zu dem Einzelplan 16 geht, um den wir heute noch einmal diskutieren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nicht nur aus monetärer Sicht ist heute ein guter Tag für unsere Umwelt. Mit fast 3 Milliarden verzeichnen wir, wie schon in den vergangenen Jahren, einen rasanten Aufstieg bei den Haushaltsmitteln. Und noch deutlicher ist dieses Plus im sogenannten Energie- und Klimafonds, den mein Kollege Andreas Schwarz schon eben anführte, indem wir circa 9 Milliarden Euro ausschließlich für Maßnahmen gegen den Klimawandel zur Verfügung stellen. Dieser Haushalt ist erneut ein Beleg dafür, dass die regierungstragenden Fraktionen der Verantwortung für Umwelt und Natur gerecht werden, ohne sich an künftigen Generationen durch eine Politik der Verschuldung zu vergehen. In den Haushaltsberatungen haben wir verschiedene Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes nachhaltig gestärkt. Für die Union möchte ich exemplarisch auf zwei Themenfelder eingehen, die uns sehr am Herzen liegen. Ich als Schleswig-Holsteiner, als Kind der Küste, bin froh, dass es einen breiten politischen Konsens gibt, dass Plastikmüll in den Gewässern, ob in Flüssen oder in Meeren, absolut nichts zu suchen hat. In Deutschland gelingt das immer besser, auch mit Aktionen wie Fishing for Liter. Ein Blick auf andere Teile der Welt offenbart aber, dass das Plastikmüllproblem eher größer als kleiner wird. Daher war es eine gute Entscheidung von CDU, CSU und SPD im Rahmen der Haushaltsberatung, im letzten Jahr ein eigenes Förderprogramm für den deutschen Technologieexport gegen Plastikvermüllung in Gewässern aufzusetzen. Mit diesem positiven Ansatz schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits werden wir wieder ein Stück mehr unserer Verantwortung als führende Wirtschaftsnation für weltweite Verbesserungen im Bereich von Umwelt- und Naturschutz gerecht. Wir leisten einen konkreten Beitrag gegen die Plastikflut an Orten, wo dieser Müll absolut nicht hingehört. Andererseits stärken wir unsere heimische Abfallwirtschaft. Wir stärken ihr den Rücken, die weltweit in vielen Bereichen führend ist. Daher ist es richtig, das Programm zu verstetigen. Dazu haben wir in den Haushaltsberatungen, die Zahl wurde bereits genannt, 15 Millionen zusätzlich zur Verfügung gestellt. Meine Damen und Herren, es freut mich sehr, dass das Umweltministerium die Anregungen des Fach- und auch Haushaltsausschusses bereitwillig aufgenommen hat und seit einem Jahr in der Umsetzung des Programms Vollgas gibt. Es ist ja kein Geheimnis, dass Projekte aus der Fachpolitik, aber auch aus dem Haushaltsausschuss nicht immer auf Gegenliebe des Ministeriums stoßen, weil man da so ganz eigene Ideen manchmal entwickelt. In diesem Fall gehen wir aber in einem Gleichschritt in die richtige Richtung. Und vor allen Dingen ist hier Power im Ministerium zu spüren. Und dafür danke ich sehr herzlich nicht nur der Ministerin, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ministerium, die für dieses Projekt eine große Affinität entwickelt haben. Meine Damen und Herren, eine weitere richtige Entscheidung ist die Stärkung des Bundesprogramms Blaues Band. Mit diesem Programm werden Flüsse und Auen renaturiert. Damit schaffen wir alte und neue Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt unserer Gewässerlandschaften und setzen zugleich neue Akzente für Freizeit und Erholung. An dieser Stelle könnte noch eine ganze Reihe weiterer Entscheidungen angeführt werden. So stärken wir den Wildnisfonds und das Programm zum Export grüner und nachhaltiger Infrastruktur. Auch im Bereich des Bundesprogramms Biologische Vielfalt ist es gelungen, die Mittel im Vergleich zum Regierungsentwurf zu erhöhen. All diese Entscheidungen zeigen, dass gerade für die Union ein Schwerpunkt des Umweltetats ist. Wir unterstützen immer dort besonders gerne, wo mit dem Einsatz von Steuermitteln konkrete und sichtbare Verbesserungen für die Umwelt erzielt werden können. Diesem Grundsatz bleiben wir auch in Zukunft treu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zum Abschluss möchte ich noch in der gebotenen Kürze auf den Bericht des Bundesrechnungshofs zu externen Beratungsleistungen im Bereich des Umweltministeriums zu sprechen kommen. Die Arbeit des Bundesrechnungshofes ist für uns Abgeordnete sowohl im Fachausschuss, aber ganz besonders im Haushaltsausschuss von unschätzbarer Bedeutung. Mehrere Anregungen des Rechnungshofes haben wir in den Beratungen aufgenommen und im Haushaltsgesetz verankert. Von besonderem Gewicht ist ein aktueller Bericht zu externen Beratungsleistungen im Bereich des Umweltministeriums. Darin wirft der Rechnungshof dem Ministerium unter anderem vor, ich finde, das ist ein schwerwiegender Vorwurf, externe Beratungsleistungen verschwiegen und dem Parlament auf entsprechende Anfragen falsche Auskünfte erteilt zu haben. Für mich als Mitglied im Haushaltsausschuss, der, wie wir alle die Regierung kontrollieren sollen, stellen sich zwei zentrale Fragen. Erstens. Wie reagiert das Ministerium? Wie reagiert in Person die Ministerin auf diese Kritik? Und zweitens. Lässt sich beim Ministerium eine bewusste Täuschungsabsicht gegenüber dem Bundestag feststellen. Im Umgang mit dem Bericht selbst und den Stellungnahmen des Ministeriums habe ich nicht den Eindruck gewonnen, dass wir als Abgeordnete bewusst und absichtlich getäuscht werden sollten. Vielmehr scheint es im Kern um eine Auslegungsfrage einer offensichtlich schwammigen Definition zu gehen. Zugleich haben Sie, Frau Ministerin, in der Bereinigungssitzung deutlich zugesagt, die Kritik des Rechnungshofes sehr ernst zu nehmen und die Verwaltungspraxis in Ihrem Haus diesbezüglich grundlegend auf den Prüfstand zu stellen. Nach diesen Aussagen bin ich der festen Überzeugung, und Sie können das auch gerne sein, dass die Überweisung des Berichts in den Rechnungsprüfungsausschuss richtig ist. Dort besteht die Gelegenheit, tiefer in die Details einzusteigen. So kann eine Lösung entwickelt werden, die dem berechtigten Informationsverlangen des Parlaments Rechnungen trägt und gleichzeitig dem Umweltministerium, aber auch allen anderen Häusern praktische und umsetzbare Richtlinien zur Abgrenzung von externen Beratungsleistungen an die Hand gibt. Ein Untersuchungsausschuss, wie von Ihnen hochstilisiert, insbesondere der Fraktion der AfD, brauchen wir an dieser Stelle dazu nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Große Koalition legt mit dem Einzelplan 16 einen überzeugenden Haushaltsentwurf für das Budget des Umweltministeriums vor. Wir werden unserer Verantwortung für die wichtigen Aufgabenbereiche des Ministeriums gerecht und setzen klare politische Akzente. Damit sind wir gut aufgestellt für die Zukunft in den Themen Klima, Umwelt und Naturschutz, aber auch in der Abwicklung der friedlichen Nutzung der Kernenergie, die immer wichtiger wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ingo Gedichens von der CDU-CSU-Fraktion hat es hier angesprochen. Die AfD hat kürzlich beantragt, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, der sich mit dem Berater Honoraren und Tätigkeit im Bundesumweltministerium auseinandersetzt. Jetzt spricht Heidrun Blum-Förster, sie ist Sprecherin für ländliche Räume der Linksfraktion. Klimakabinetts vor einigen Wochen ist die Hoffnung auf ein rigoroses Umsteuern der Bundesregierung in der Klimapolitik aus unserer Sicht gestorben. Und stattdessen ist der Frust in der Gesellschaft größer geworden. Und lieber Kollege Schwarz, auch da, das haben wir offensichtlich ordentlich hingekriegt. Der Anteil des Umweltetats am Gesamthaushalt 2020 bleibt mit lediglich 0,6 Prozent signifikant niedrig. Er wird in der Finanzrahmenplanung des Bundes bis 2023 auch nicht wesentlich verändert. Dies ist definitiv kein Signal für eine nachhaltige Umwelt- und Klimapolitik. Auch dann nicht, wenn Sie, verehrte Damen und Herren, auf der Regierungsbank noch so vehement erklären, dass Sie jetzt aus anderen Töpfen Gelder ausgeben wollen. Allein der Energie- und Klimafonds ist so undurchsichtig wie eh und je. Und wir Linke haben das seit all der Zeit, seitdem er existiert, auch immer kritisiert. Im Übrigen werden mehr als 60 Prozent des Energie- und Klimafonds im Wirtschaftsministerium verwaltet und nicht im Umweltministerium. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion Die Linke hat für diese Lesung zwei Entschließungsanträge vorbereitet und eingebracht. Ja, ach du Schreck. Der eine würde die größten Schnitzer auf den Gebieten Lärmschutz, biologische Vielfalt, Waldumbau und Altlastenentsorgung beseitigen. Dazu wird aber mein Kollege Lenkert nachher ausführlicher vortragen. Der andere plädiert für eine umweltverträgliche End- und Zwischenlagerpolitik in Bezug auf die Schatten der Atomwirtschaft, die wir uns in der Vergangenheit geleistet haben. Die Ängste in weiten Teilen der Bevölkerung zu diesem Thema müssen wir ernst nehmen. Und auch in meinem Wahlkreis haben wir neuerdings Bürgerinnen und Bürger, die darum Ängste und Befürchtungen erleben. Meine Damen und Herren, besonders im Bereich radioaktiver Abfallbeseitigung ist der Umweltetat mit 53 Prozent in hohem Maße gefordert. Andererseits mussten wir alle durch den Bericht des Bundesrechnungshofes zu Asse II zur Kenntnis nehmen, dass das Umweltministerium hier seiner Kontrollpflichtung in der Vergangenheit nur ungenügend nachgekommen ist. Es ist also nötig, die End- und Zwischenlagerungspolitik so auszugestalten, dass Risikominimierung und Effektivität der Maßnahmen in einem ordnungspolitisch annehmbaren Verhältnis funktionieren. Die immer wieder anstehenden Probleme und Verzögerungen bei der geplanten Inbetriebnahme des Schachts Konrad beweisen, schon seit einiger Zeit, dass der Standort für die dauerhafte Lagerung von radioaktiven Abfällen nicht geeignet ist. Ein Vergleich mit alternativen Standorten, wie er jetzt für hochradioaktive Abfälle neu durchgeführt wird, fehlt für die dauerhafte Lagerung leicht- und mittelradioaktiver Abfälle im Konrad ebenfalls. Hier ist der Neustart für ein Suchverfahren mindestens angezeigt. Mit der Beendigung des Projekts Konrad sind nach unserer Auffassung auch die Mittel für den Salzgitterfonds zu streichen. Die Arbeiten zum Verschluss des ungeeigneten Atombülllagers Morsleben kommen seit Jahren nicht voran, weil wichtige Sicherheitsnachweise fehlen. Wie bei der Asse II könnte eine Rückholung der radioaktiven Abfälle erforderlich sein. Um einen gesellschaftlichen Konsens für das weitere Vorgehen zu erreichen, wie es bei der Asse II auch beim Projekt Morsleben eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung dringend erforderlich ist. Und schließlich, auch Gorsleben ist geologisch und aufgrund seiner umstrittenen Geschichte für die Lagerung hochradioaktiver Abfälle ungeeignet und muss aus dem Suchverfahren ausgeschlossen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende meiner Rede möchte ich mich als Hauptberichterstatterin bei den Kolleginnen und Kollegen der Koalition und auch der anderen Oppositionsfraktionen herzlich bedanken für das Vertrauensverhältnis, das wir da aufbauen konnten. Vieles, was wir erfahren haben als Hintergrund, auch für das Ministerium. Frau Ministerin, dafür herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, sehr geehrte Ministerin Schulze, Am 10. September haben Sie hier bei der ersten Lesung zu Ihrem Haushalt gesagt, im Bundestag, ich zitiere, mit der Einrichtung des Klimakabinetts haben wir der Bundesregierung ein Versprechen gegeben. 2019 wird das Jahr des Handels im Klimaschutz das Jahr der Entscheidung. Dieses Versprechen wird am 20. September eingelöst. Man kann hier und heute feststellen, dieses Versprechen hat die Bundesregierung, dieses Versprechen haben Sie konkret als Umweltministerin gebrochen. Denn es geht weiter mit Pille-Palle. Die Wissenschaft hat ihr Päckchen hart kritisiert. Sie haben ein Klimaschutzgesetz vorgelegt, das keine Zähne hat. Sie haben einen CO2-Preis vereinbart, der kaum Wirkung entfalten wird, zudem noch unsozial ist. Und Sie blockieren als Bundesregierung gerade den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das, was Sie aktuell planen in der Bundesregierung, das kann Kohleausstieg, das kann Windausstieg. Mit verheerenden Folgen für zehntausende Arbeitsplätze. Nicht nur die Umweltverbände, auch der BDI, der VdMA, der DGB, die deutsche Industrie hat hart kritisiert, was die Bundesregierung gerade plant. Das ist eine Brankrotterklärung der Bundesregierung bei der Klimapolitik. Und, Frau Schulze, Sie haben damit auch die jungen Menschen in Deutschland bitter enttäuscht. Dabei haben Sie am 10. September auch dazu als Ministerin noch gesagt, dass das Klimaschutzpaket den künftigen Generationen, den protestierenden Jugendlichen auch wirklich gerecht werden müsse. Und ein weiteres Mal dürfe Deutschland, das Hochindustrie-Land, die Klimaziele nicht reißen. Das ist alles richtig. Nur leider haben Sie das nicht eingelöst. Dieses Paket wird dazu führen, dass Deutschland seine Klimaziele 2030 eben nicht einhalten wird. Das, was Sie vorgelegt haben, sagen Ihnen alle Expertinnen und Experten in der Wissenschaft, und die sich damit auskennen, wird das Pariser Klimaziel nicht erreichen. Das 1,5-Grad-Ziel ist damit nicht erreichbar. Was Sie hier vorgelegt haben, das ist ein offener Bruch mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass diesen Freitag eben wieder hunderttausende Menschen auf die Straße gehen werden beim Klimastreik. Deswegen ist es richtig, dass die Jugendlichen eben weiter protestieren werden, weil sie ein Klimaschutzpaket wollen, das gerecht ist. Ein Klimaschutzpaket, das auch wirklich die Klimaziele erreichen kann. Sie verdienen eine Regierung, die endlich über den Klimaschutz handelt und keine Pille-Palle mehr macht. Und wir brauchen eine Regierung, die auch Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit verbindet. Auch der CO2-Preis führt aber nicht dazu. Ihr Konzept kann eigentlich gar nichts. Ökonomisch, ökologisch ist es nicht wirksam und zudem auch noch unsozial. Frau Ministerin Schulz, Sie haben auch hier bei der ersten Lesung im Bundestag gesagt, dass fairer und glaubwürdiger Klimaschutz heißt, dass Anstrengungen, Chancen gerecht verteilt werden und einkommensschlache Haushalte entlastet werden müssen. Ja, richtig. Nur haben Sie das mit dem CO2-Preis-Modell eben nicht gemacht. Ich frage mich ernsthaft, wie Sie so etwas als Umweltministerin zustimmen konnten. Wo ist hier die sozialdemokratische Handschrift? Konkret zeigen zahlreiche Studien, dass Menschen mit hohem Einkommen überdurchschnittlich profitieren werden vom CO2-Preis-Modell, während Menschen mit geringem und mittleren Einkommen schlechter gestellt werden. Sie haben eben die Chance verpasst, ein gerechtes, ein transparentes Rückverteilungskonzept vorzulegen, ein Rückverteilungskonzept mit einem Energiegeld oder einer Klimaprämie, so wie wir es auch vorgeschlagen haben. Was Sie hier gemacht haben, ist, dass Sie Gerechtigkeit und Klimaschutz gegeneinander ausspielen. Das ist eine schwere Bürde für den Klimaschutz. Was Sie hier vorgelegt haben, ist de facto Pille-Palle. Was man konkret machen müsste, ist zum Beispiel an die klimaschädlichen Subventionen heranzugehen. Ihr Ereignis und mit Bundesamt, Frau Ministerin, schreibt es Ihnen jedes Jahr aus, Sie haben 57 Milliarden Euro Subventionen, die klimaschädlich sind, die aktiv mit Steuergeld die Klimakrise befeuern, zum Beispiel das Dieselprivileg. Und da frage ich mich schon, warum die Umweltministerin sich nicht dafür einsetzt, auch das Dieselprivileg zu streichen. Jedes Jahr kostet das, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, 8,5 Milliarden Euro. Und das, obwohl wir wissen, dass der Diesel die Luft in unseren Städten schlecht macht und für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich ist. Von einer Umweltministerin erwarte ich, Frau Ministerin, dass sie dazu nicht schweigt, dass sie sich auch konkret mit dem Verkehrs- und dem Finanzminister anlegt. Und noch absurder ist es, wenn Sie Anfang November Plastiktüten verbieten, im Kabinett beschlossen, das begrüßen wir auch, und ich begrüße auch, dass hier die Kollegen Gedichens und Schwarz sich gegen die Plastikvermüllung einsetzen. Aber gleichzeitig subventionieren Sie jedes Jahr Plastikindustrie, Plastikverpackung und Plastikprodukte mit 780 Millionen Euro Steuergeld. 780 Millionen Euro. Frau Schulze, Sie feiern sich hier für ein Plastiktütenverbot und gleichzeitig schmeißen Sie Millionen an Subventionen der Plastikindustrie in den Rücken, in den Rachen. Das kann wirklich nicht wahr sein, das ist scheinheilig. Aber es ginge natürlich auch anders. Wir haben das konkret als Grünen im Haushaltsverfahren gezeigt. Man kann jetzt klimaschädliche Subventionen abbauen, konkret für den Diesel, konkret bei der Flugindustrie, konkret bei Plastiktüten. Und man kann jetzt auch die Niedrigzinsphase nutzen und neue Kredite aufnehmen, um damit auch 100 Milliarden Euro in den nächsten vier Jahren für den Klimaschutz zu investieren. Für den Wald, für die Verkehrswende, für internationalen Klimaschutz und für Klimaforschung. Alles das muss man jetzt machen. Man muss jetzt klotzen und nicht kleckern. Denn Zukunft gibt es nicht zum Nulltarif. Die Bundesregierung darf nicht weiter in der schwarzen Nullklammern. Sagt Sven-Christian Kindler. Die nächste Rednerin in dieser Debatte ist die Bundesministerin, um deren Etat es geht. Svenja Schulze, Ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe Anfang des Jahres gesagt, 2019 muss das Jahr des Handelns im Klimaschutz werden. Und auch wenn das Jahr noch ein paar Wochen andauert, glaube ich, kann man jetzt sagen, 2019 ist das Jahr des Handelns im Klimaschutz. Wir haben jetzt ein Klimaschutzgesetz, wir haben ein Emissionshandelsgesetz, wir haben umfangreiche Änderungen im Steuerrecht und wir haben nicht zuletzt diesen Haushalt. Das sind alles Schritte, die die Bundesregierung jetzt im Bereich Klima auf Kurs bringen. Es geht darum, das 2030-Ziel natürlich zu erreichen. Wir wollen 2050 klimaneutral sein. Und dazu hat der Bundestag bereits ganz, ganz wichtige Beschlüsse getroffen. Und jetzt ist der Bundesrat am Zug. Die Grundlinien des Klimapakets, die sind vollkommen klar. Klimafreundliches Verhalten wird einfacher und billiger. Klimaschädliches Verhalten wird jetzt Schritt für Schritt teurer und weniger attraktiv. Und dafür nimmt die Bundesregierung richtig viel Geld in die Hand. Und 54 Milliarden Euro in vier Jahren, 54 Milliarden Euro, alleine eine Milliarde davon für die Dekarbonisierung der Industrie. Bei allem Respekt, das ist kein Pille-Palle, das ist ein wirklicher Beitrag. Und das ist übrigens auch ein starker Impuls für Innovation, für eine dauerhaft gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Von einer ehrgeizigen Klima- und Umweltpolitik. Da profitieren nicht erst die kommenden Generationen. Wir alle profitieren schon heute, wenn die Luft sauberer wird, wenn die Städte lebenswerter werden, wenn die Natur mit vielfältigen Landschaften intakter werden. Und Klimaschutz sichert in Deutschland Wettbewerbsfähigkeit. Er sichert Wertschöpfung. Er sichert Arbeitsplätze in Deutschland. Die Ansiedlung von Tesla in Brandenburg ist doch ein ganz aktuelles Beispiel. Tesla ist dahin gegangen, wo die sauberen Energien sind. Und dem werden weitere Folgen. Saubere Energie, zukunftssichere Infrastruktur, nachhaltige Mobilität. Das sind Dinge, die werden inzwischen international zu Weltbewerbsvorteilen. Viele Akteure auf dem Weltmarkt haben das übrigens verstanden. Und viele Bürgerinnen und Bürger haben das übrigens auch verstanden. Und immer mehr von ihnen engagieren sich für den Klimaschutz, für eine saubere, für eine gesunde Umwelt, für den Erhalt der Artenvielfalt, für den Ressourcenschutz. Wir sehen das bei den Jugendlichen von Fridays for Future genauso wie bei ganz vielen Unternehmen, die ihre Produkte, die ihre Wertschöpfungsketten auf Nachhaltigkeit ausrichten. Wir sehen das bei Kommunen, die nachhaltig investieren, genauso wie bei denjenigen in der Finanzwirtschaft, die inzwischen sich für nachhaltige Geschäftsmodelle einsetzen. Wir sehen das auch bei allen, die unsere deutsche Exportwirtschaft als Chance zur Verbreitung grüner Technologien begreifen und das nutzen. Und das Umweltministerium unterstützt dieses vielfältige Engagement mit der nationalen, mit der europäischen, mit der internationalen Klimaschutzinitiative, mit der Exportinitiative Umweltschutz. Und meine Damen und Herren, all das habe ich, haben wir im Gepäck, wenn wir jetzt zur Weltklimakonferenz nach Madrid fahren, die ja in der kommenden Woche beginnt. Ich kann dort berichten, dass Deutschland eben die Weichen stellt für mehr Klimaschutz. Und das ist deshalb so wichtig, weil ich in Madrid bei den großen Verursachern von Treibhausgasen, bei China, bei Indien, bei Russland und nach wie vor auch bei den USA, dafür werben will, dass sie sich zu mehr Klimaschutz verpflichten. Alle UN-Staaten sind aufgefordert, im nächsten Jahr verbesserte Klimaschutzbeiträge vorzulegen. Mehr Ambitionen, das ist das wichtigste Ziel für die Weltklimakonferenz im nächsten Jahr. Die Konferenz jetzt in Madrid, die ist ein ganz wichtiger Schritt dahin. Und natürlich spielt die EU, spielt die Europäische Union da eine Schlüsselrolle. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass die designierte EU-Kommissionspräsidentin das europäische Klimaziel für 2030 erhöhen will. Deutschland muss sie bei diesem wichtigen Vorhaben unterstützen. Dafür setze ich mich innerhalb der Bundesregierung ein. Das ist einfach auch ein Weg schierer Vernunft. Wer 2050 treibhausgasneutral sein will, und das wollen wir, der kann nicht bei einer Minderung um nur 40 Prozent in 2030 verharren. Dann müssten wir in den kommenden beiden Dekaden je 30 Prozent reduzieren. Das wird wahrscheinlich sehr schwierig werden. Und daher bin ich sehr dafür, dass wir das Ganze stetiger angehen und schon 2030 ein höheres Minderungsziel vorsehen. Meine Damen und Herren, wir haben aber nicht nur im Klimaschutz viel erreicht. Auch auf den anderen Gebieten des Umwelt- und des Naturschutzes haben wir im Jahr 2019 das Jahr des Handelns. Zum Beispiel im Naturschutz mit dem Aktionsprogramm Insektenstutz, mit dem Ausstiegsplan für Glyphosat und anderen Agrargiften, mit dem Masterplan Stadt-Natur, mit dem Wildnisfonds, der im nächsten Jahr aufgestockt werden soll. Alles wichtige Signale. Im Kampf gegen überflüssigen Verpackungsmüll mit dem Verbot der Plastiktüte, dem europaweiten Verbot von Einwegplastik, mit dem neuen Verpackungsgesetz und dem Förderprogramm für Technologien gegen die Vermüllung der Meere. Auch dafür soll es in den kommenden Jahren mehr Geld geben. Meine Damen und Herren, auf diesen Erfolgen werde ich mich aber nicht ausruhen und werden wir uns nicht ausruhen. Es gibt noch eine Menge zu tun in der nächsten Zeit. Ich werbe weiter für meinen Fünf-Punkte-Plan gegen die Wegwerfgesellschaft. Ich will diesen Plan umsetzen. Und dafür will ich das Kreislaufwirtschaftsgesetz reformieren, um die Hersteller von Coffee-to-go-Bechern, Zigarettenkippen und anderen Einwegartikeln an den Reinigungs- und Entsorgungskosten zu beteiligen. Ich will mit dem Handel vereinbaren, die Plastikflut in den Supermärkten einzudennen und eine gesetzliche Obhutspflicht einführen, um die systematische Vernichtung von Neuwaren aus dem Online-Handel und aus dem stationären Handel zu unterbinden. Ich will Umweltschutz und Landwirtschaft zusammenbringen mit Regeln, die gut sind für die Natur und gleichzeitig für die Landwirtinnen und Landwirte. Stichwort sind hier der Umgang mit der Gülle- und Pflanzenschutzmitteln und der Einsatz von EU-Fördergeldern. Ich will die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2020 nutzen, um eine neue Dynamik im europäischen Klima- und Umweltschutz auszulösen und die nachhaltige Digitalisierung voranzubringen. Ein ganz wichtiges Thema, das auf der Tagesordnung steht. Und nicht zuletzt will ich, dass wir gemeinsam die Umsetzung des Klimapaketes auch wirklich erfolgreich abschließen, mit einem Kohleausstiegsgesetz und Regelungen für die erneuerbaren Energien. Hier ringen wir noch um Lösungen. Ja, das stimmt. Wir wollen das 65-Prozent-Ziel auf jeden Fall erreichen. Wir werden den Kompromiss der Kohlekommission umsetzen. Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Ich würde das gerne im Zusammenhang vortragen, danach. Herzstück des Klimapakets ist das Klimaschutzgesetz. Und das ist genau darauf aufgelegt, jedes Jahr zu überprüfen und nachzusteuern. Das ist die Qualität, die wir jetzt haben. Klimaschutz ist jetzt Gesetz und es wird jedes Jahr überprüft werden, ob wir die Ziele denn auch wirklich einhalten. Das ist eine wirklich neue Weichenstellung, die wir da nach vorne bringen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Haushalt legen wir eine wirklich gute Grundlage dafür, dass künftig jedes Jahr zum Jahr des Handelns im Klimaschutz wird. Ich danke noch einmal den Mitgliedern des Haushaltsausschusses, den Obleuten und natürlich insbesondere den Berichterstatterinnen und Berichterstattern für den Haushalt für die gute Zusammenarbeit. Das waren viele, viele Stunden, aber ich finde, es hat sich wirklich gelohnt. Wir haben aber etwas Gutes vorangebracht. Ich bitte um die Zustimmung zu diesem Einzelplan und sage noch einmal ganz herzlich Dankeschön. Vielen Dank, Frau Ministerin. Der nächste Redner ist für die AfD-Fraktion der Kollege Dr. Rainer Kraft. Rainer Kraft sitzt im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit des Bundestages. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Minister, werte Abgeordnete, verehrte Gäste! Dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, kurz BMU, untersteht auch das Umweltbundesamt. Dieses hat 1.600 Beschäftigte. Gleichwohl ist das BMU nicht in der Lage, seine Pflichten ausreichend mit seinen Mitarbeitern und denen seine Ämter abzudecken und hat daher Bedarf an externen Beratungsdienstleistungen. Warum diese Dienstleistungen außer Haus vergeben werden, kann das BMU allerdings nicht begründen. Auch existieren keine Aufzeichnungen, die den Umfang der erbrachten Dienstleistungen festhalten. Solche seien entbehrlich, wird das BMU zitiert. Anscheinend genießt also das hauseigene Umweltbundesamt entweder kein Vertrauen, das BMU diese Aufgaben lösen zu können oder aber das BMU zweifelt an der Kompetenz des Umweltbundesamtes, diese sachlich in seinen Bereich fallenden Ausarbeitungen anfertigen zu lassen zu können oder Aufzeichnungen darüber zu führen, wie viel Arbeit von welchem Externern wann und in welchem Umfang zugearbeitet worden ist. Die AfD beantragt daher eine Stellenstreichung des offenbar Überforderten oder aber kein Vertrauen durch das BMU genießenden Umweltbundesamtes. Bleiben wir beim Personal. In der letzten Sitzungswoche wurde über den drohenden Verlust von ca. 3.000 Arbeitsplätzen in der deutschen Windbranche diskutiert. Nach eigenen Angaben waren in 2016 ca. 160.000 Menschen dort beschäftigt. Seit Beginn der Energiewende wurden 100 Milliarden Euro für Strom aus Wind ausgegeben durch EEG-Umlagen. Das bedeutet, dass jeder dieser Arbeitsplätze in der Windbranche mit sagen und schreiben 627.000 Euro Zwangsentgelten der Bürger Deutschlands bezuschusst worden ist. Und das Ergebnis? Diese Branche ist nicht lebens- und nicht marktfähig. Auch nach 20 Jahren ist keine Trendwende erkennbar. Die Windenergie ist ein todes Pferd. Steigen Sie endlich ab! Apropos, apropos, ab- und aussteigen. Das wollen Sie ja auch mit der Technologie des Verbrennungsmotors. Da reden wir aber nicht über 160.000 Arbeitsplätze. Da reden wir über 1,8 Millionen Arbeitsplätze. Und diese Branche kostet den Steuerzahler nicht 100 Milliarden Euro. Diese Branche erwirtschaftet und setzt um 426 Milliarden Euro pro Jahr, jedes Jahr. Jeder vierte Steuereuro, über den wir hier heute reden, wird von den Frauen und Männern der Automobilbranche erwirtschaftet. Also wir reden hier von echtem Mehrwert und statt nutzloser sozialistischer Geldverbrennung. Aber genau diesem Zugpferd der deutschen Industrie hat das BMU den Kampf angesagt. Frau Ministerin, haben Sie denn eigentlich, haben Sie Ihren Kollegen im Kabinett von Verteidigung, Arbeit, Soziales etc., haben Sie diesen Kollegen schon aufgeklärt, dass Sie Ihr Budget in Zukunft um 25 Prozent kürzen müssen, wenn jeder vierte Euro des Haushaltes weg ist, wenn Sie in Ihr Haus mit aufgeblasenen Stickoxidkampagnen und größten wahnsinnigen Weltrettungsfantasien die Axt an diese extrem erfolgreiche Industrie Deutschlands gelegt haben? Na, wohl eher nicht. Aber wofür? Wofür das alles? Dafür, dass Ihre Maßnahmen komplett nutzlos sind. Und wie viel wird denn nun die prognostizierte Temperaturerhöhung reduziert werden für diese Hunderte von Milliarden von Euro? Sagen Sie es uns. Sie wissen es nicht. Okay. Hunderttausende produktive, mehrwertschaffende Arbeitsplätze werden in Deutschland, ohne mit der Wimper zu zucken, einem Endzeitkult geopfert für eine Politik, die nicht in der Lage oder nicht willens ist, das Ergebnis zu quantifizieren. Wo sind die Ergebnisse? Wo ist die Gegenleistung für hunderte Milliarden Euro, die den Bürgern des Landes für die längst gescheiterte Energiewende abgepresst werden? Seit zwei Jahren ist die Ministerin dieser Antwort schuldig. Aber es ist nicht so, dass sie es einfach nicht sagt. Sie weiß es einfach selbst nicht. Wenn aber die Autobauer das Rückgrat der Republik sind, dann sind die Landwirte die Basis des Landes. Und diese Basis zeigt Ihnen gerade da draußen, was Sie von Ihrer Politik hält, nämlich gar nichts. Beenden Sie also Ihre gesellschaftsfeindliche Politik. Beenden Sie Ihre Experimente am sozialen Herzen der Republik. Es kann sonst nämlich passieren, dass nach den Landwirten eines Tages die Autobauern hier von den Toren stehen. Und dann werden es zehnmal so viele. Vielen Dank. Die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion, die Kollegin Marie-Louise Dött. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben drei zentrale umweltpolitische Herausforderungen. Die Umsetzung einer konsequenten Klimapolitik, die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft und den Schutz der Biodiversität. Der Umwelthaushalt 2020 spiegelt genau diese Prioritäten wider. Meine Damen und Herren! Wir alle hier im Hohen Haus, so wie die Bundesregierung, haben den Auftrag und die Verantwortung, der globalen Herausforderung des Klimawandels zu begegnen. Deshalb war es richtig und wichtig, dass sich die Bundesrepublik aktiv in die Erarbeitung des Pariser Klimaübereinkommens von 2015 eingebracht hat. Für die Unionsfraktion kann ich sagen, wir stehen zu den internationalen Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, und wir sind vertragstreu. Die Bundesregierung und die sie tragenden Bundestagsfraktionen haben in der Klimafrage Verantwortung übernommen. Wir haben ein Klimapaket geschnürt, das es in seiner Größe bisher noch nicht gegeben hat. Bis 2023 werden Maßnahmen in Höhe von 54,4 Milliarden Euro vorgenommen. Der Energie- und Klimafonds wächst von derzeit rund 6 Milliarden auf rund 11,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 an. Und was immer gerne vergessen wird, Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe und berührt die Verantwortung verschiedener Bundesressorts. Die Ausgaben für den Klimaschutz sind deshalb in verschiedenen Einzelplänen veranschlacht. Wir gehen beim Klimaschutz konsequent, aber vor allem sozial gerecht vor. Das sollte endlich auch die Opposition zur Kenntnis nehmen. Die Union steht für eine nachhaltige Klimapolitik. Eine Klimapolitik, die wirtschaftlich vernünftig ist, die Arbeitsplätze im Land hält, die auf Innovationen setzt. Eine Klimapolitik, die die Bedürfnisse in Stadt und vor allem auf dem Land gleichermaßen im Blick behält. Wir haben alle die Aufgabe, all die verschiedenen Facetten von Nachhaltigkeit und vor allem die Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Zielen zu beachten. Die Union setzt das konsequent um, wie man am Beispiel des in der letzten Sitzungswoche verabschiedeten Brennstoffemissionshandelsgesetzes sehen kann. Die Tonne CO2, die von fossilen Brennstoffen emittiert wird, kostet im Jahr 2021 10 Euro. Das ist in den Augen der Kritiker viel zu wenig. Aber wir haben dies im Sinne der Nachhaltigkeit ganz bewusst so entschieden. Wir sorgen nämlich dafür, dass Klimaschutz nicht zur neuen sozialen Frage wird. Die Politik hat daher zuerst die Aufgabe, Alternativen anzubieten, sprich den Umstich auf eine umweltfreundlichere Heizungsanlage oder auf ein emissionsärmeres Fahrzeug anzureizen. Und erst dann wird der CO2-Preis steigen. Maßnahmen gegen den Klimawandel sind eine internationale Herausforderung. Internationale Verpflichtungen müssen immer in einzelne nationale Beiträge heruntergebrochen werden. Das ist klar. Klar aber ist auch, dass wir den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur nicht alleine stoppen können. Deshalb müssen die Vertragsparteien auf der anstehenden UN-Klimakonferenz in Madrid die letzten Details zur Umsetzung des Pariser Klimaübereinkommens beschließen. Dabei geht es vor allen Dingen um Marktmechanismen. In einem Drittland angestoßene und finanziell unterstützte CO2-Reduktionen sollten seriös auf die eigene Klimabilanz verbucht werden können, ohne dass dabei es zu Doppelanrechnungen kommt. Auch die EU sollte die internationalen Kooperationsmechanismen in Anspruch nehmen, zumindest wenn es zu einer Zielerhöhung auf EU-Ebene kommt. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion wünscht allen Verantwortlichen für die Verhandlungen in Madrid schon jetzt viel Erfolg und gutes Gelingen. Die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft ist dringend geboten. Wir haben in der vergangenen Woche beispielsweise zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Menge der Verpackungsabfälle im Jahr 2017 erneut gestiegen ist. Es geht darum, den Rechtsrahmen weiterzuentwickeln und damit das Aufkommen an Verpackungsabfall zu reduzieren und die Nutzung von Rezyklaten zu verbessern. Dieser Rechtsrahmen muss sicherstellen, dass wir die ökologisch beste und vor allem nachhaltigste Lösung umsetzen. Es war uns in den Haushaltsberatungen deshalb ein wichtiges Anliegen, dass wir die Einweg-Mehrweg-Diskussion bei Getränkeverpackungen endlich auf eine wissenschaftliche Grundlage stellen können. Dafür stehen im Haushalt 2020 dem Umweltbundesamt jetzt Mittel in Höhe von 400 Millionen Euro für die Erarbeitung einer Ökobilanz Getränkeverpackung zur Verfügung. Ich erwarte, dass die Arbeiten vom Umweltbundesamt jetzt zügig gestartet werden. Und, meine Damen und Herren, wir wollen die internationale Zusammenarbeit bei der Kreislaufwirtschaft stärken. Deshalb haben wir dafür gesorgt, dass die Mittel für den Export von Technologien gegen die Vermüllung der Meere im Vergleich zum Regierungsansatz ab dem Jahr 2021 um weitere 5 Millionen Euro jährlich erhöht werden. Das ist gut angelegtes Geld für den globalen Umwelt- und Ressourcenschutz und auch für den Technologieexport made in Germany. Meine Damen und Herren, wir haben beim Schutz der Biodiversität eine ganze Reihe von Herausforderungen. Ein Handlungsfeld ist die Umsetzung des Aktionsprogramms Insektenschutz. Es handelt sich um das bisher umfangreichste Maßnahmenpaket der Bundesregierung zum Schutz von Insekten und ihrer Artenvielfalt. Um die Umsetzung des Aktionsprogramms zu ermöglichen, werden wir für 2020 zusätzlich 2 Millionen Euro bereitstellen. Damit steht jetzt im Jahr 2020 fast 45 Millionen Euro nur im Einzelplan 16 zur Verfügung. Hier, meine Damen und Herren, ist mir noch eine Anmerkung wichtig und gerade besonders am heutigen Tag. Das Aktionsprogramm wird eine ganze Reihe von Änderungen der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen zur Folge haben, die gerade die Unterstützung unserer Landwirte erforderlich machen. Wir brauchen Lösungen, die den Insekten helfen und gleichzeitig unseren Landwirten ein einträgliches Wirtschaften ermöglicht. Unsere Landwirte sind nicht unsere Gegner, sie sind unsere Partner, auch beim Insektenschutz. Meine Damen und Herren, mit dem Bundesprogramm Blaues Band Deutschland entwickeln wir durch Gewässerumbau und Auenrenaturierung einen Biotopverbund, der wichtige Beiträge leisten kann, unsere Ziele zum Erhalt der Biodiversität zu erreichen. Das Bundesprogramm ist ein Beispiel dafür, wie Umweltschutz, Regionalentwicklung und wirtschaftliche Chancen gemeinsam umgesetzt werden können. Wir haben im parlamentarischen Verfahren für eine Aufstockung der Verpflichtungsermächtigungen, für eine Erhöhung und Verstetigung der Mittelausstattung gesorgt. Insgesamt stehen für die Umsetzung der Maßnahmen in den nächsten vier Jahren 19,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die Aufstockung der Mittel ist übrigens auch ein Zeichen der Anerkennung der Arbeit aller Beteiligten vieler Ehrenamtlicher auch an den einzelnen Vorhaben. Meine Damen und Herren, wir werden im Einzelplan 16 in Höhe von jährlich 400.000 Euro für den Zukunftsfonds Morsleben bereitstellen. Damit erfolgt eine vergleichbare Unterstützung der Region Morsleben mit den Standorten Schachtanlageasse 2 und Endlagerschacht Konrad. Regionen, die gesamtstaatliche Verantwortung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle übernehmen, verdienen unsere Unterstützung. Meine Damen und Herren, der Umwelthaushalt 2020 ist eine hervorragende Basis für die Fortsetzung unserer Arbeiten in der Umwelt- und Klimapolitik. Ich freue mich sehr, dass wir im parlamentarischen Verfahren wichtige Impulse für den Umwelthaushalt setzen konnten. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten, die in den vergangenen Wochen hart gearbeitet haben, insbesondere bei unseren Haushältern. Vielen Dank. Marie-Louise Döttwader ist die Sprecherin für Umwelt und Naturschutz der Unionsfraktion. Ja, und einige Impulse, die da in der Bereinigungssitzung noch gesetzt wurden in dem Etat, die hat sie ja genannt. Judith Skudelny für die FDP. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, heute kommt mich ein ehemaliger Mitarbeiter besuchen hier in Berlin. Ich habe mich zunächst einmal gefreut und habe gefragt, Mensch, schön, wann sehen wir uns? Hat er gesagt, naja, eigentlich komme ich ja nicht Sie besuchen. Frau Schulze, eigentlich kommt mein Mitarbeiter Sie besuchen. Und er kommt doch nicht mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit dem Auto oder mit dem Fahrrad. Nein, er ist extra hierher gekommen mit seinem Trecker, 20 Stunden, Fahrt, 1000 Kilometer, um gegen Ihre Umweltpolitik in der Landwirtschaft zu protestieren. Dabei ist er erst vor kurzem in den Familienbetrieb eingestiegen. Sie haben eine Schweinehaltung, eine Schweinezucht. Und er hat viele Ideen, er hat Agrarwirtschaft studiert, er hat viele tolle Ideen, wie er weiter nachhaltig produzieren kann, was er für das Tierwohl machen möchte, wie er seinen Betrieb weiterentwickeln möchte. Und diesen Ideen, die mein ehemaliger Mitarbeiter, der Landwirt ist, mit vielen seiner landwirtschaftlichen Kollegen teilt, diesen Ideen entziehen Sie die ökonomische Grundlage für ein eigenständiges Erwerbsleben. Dabei wissen wir doch alle hier im Haus, Umweltschutz ist nur mit den Verbrauchern und mit der Landwirtschaft zu schaffen. Und nur wenn wir alle Ideen unter allen Hut bringen, dann schaffen wir es, dass unsere Landwirtschaft, die schon heute sehr nachhaltig agiert, auf diesem Weg unterstützt wird und in eine noch ökologischere Zukunft gebracht wird. Nur dazu brauchen wir die Landwirte. Sehen Sie die Proteste als eine Handreichung, strecken Sie auf Ihre Hand aus und machen Sie eine bessere Politik für Umwelt und für Landwirtschaft. Aber während die Landwirte jeden Euro zweimal umdrehen müssen, ist es so, dass das Umweltministerium mit seinen Geldern deutlich anders umgeht. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den Bericht des Bundesrechnungshofs hinweisen, bei dem es um 600 Millionen Euro geht. Und da hat mich doch die Reaktion des Umweltministeriums ein Stück weit erstaunt. Die Gutachter stellen fest, dass Gutachtenvergaben ohne Ausschreibungen erfolgen, dass Ausgaben falsch deklariert wurden und dass das Parlament vorsätzlich enttäuscht wird. Die Reaktion des Umweltministeriums ist so ein bisschen sagt, ну ja, kann ja mal passieren, ist eine schallende Ohrfeige für alle Kommunen in Deutschland, die mit dem Vergaberecht jeden Tag zu kämpfen haben. Es ist eine schallende Ohrfeige für die Bürger in Deutschland, die strafbewährt für ihre Steuererklärung haften. Und es ist eine schallende Ohrfeige für die Firmen, die sich an Compliance-Regeln halten müssen. Die Regeln, die wir den Menschen da draußen geben, die Werte müssen wir auch bei uns ansetzen. Und deswegen ist es Ihre Aufgabe, das, was vom Bundesrechnungshof auf den Tisch gelegt wurde, rückhaltlos aufzuerklären mit allen Konsequenzen, die dranhängen können. Als am 19. Juni das EuGH die Maut der Großen Koalition wieder kassiert hat und als EU-rechtswidrig deklariert hat, waren die Einzigen, die wirklich erstaunt, waren die Teilnehmer der Großen Koalition. Alle anderen hatten schon so einen Verdacht, dass das Ding eventuell EU-rechtswidrig sein könnte. Der Verdacht begründete sich eventuell darauf, dass es schon ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes und Aussagen gutreicher, zahlreicher Rechtsgelehrter in Deutschland gab. Also überraschend war das Aus für die Maut nicht. Was mich persönlich überrascht hat, ist, dass die Große Koalition daraus mal so gar nichts gelernt hat. Wenn wir uns anschauen, wie Ihre CO2-Steuer, und ich nenne sie CO2-Steuer, weil genau das ist es, wie die umgesetzt wird, dann wissen wir schon heute, dass der wissenschaftliche Dienst ein Gutachten vorgelegt hat. Es sagt, eine CO2-Steuer ist nicht verfassungskonform. Wenn Sie also wissen, dass ein Gesetz später kassiert wird, warum beschließen Sie es dann erst mal hier im Bundestag? Dabei macht Ihre CO2-Steuer alles nur teurer und den Klimaschutz nichts besser. Wenn wir das Klima schützen wollen, dann müssen wir die CO2-Emissionen deckeln. Dazu gibt es einen verfassungskonformen Vorschlag der FDP-Fraktion. Wenn also Ihr Konzept vom Gericht kassiert wurde, raten wir Ihnen an, unser Konzept einfach umzusetzen. Das geht dann schnell bürokratiearm und vor allem effizient. Wir sind in diesem Punkt eine Serviceopposition. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion? Am Ende, bitte. Frau Schulze, Ihre Halbzeitbilanz fällt ein bisschen aus wie die Teilnahme der deutschen Nationalmannschaft an der letzten WM. Streit in der Koalition bringt keine guten Lösungen. Tausende Dieselfahrer werden weiterhin kalt enteignet. Übrigens nicht nur Euro 4 und Euro 5, sondern mittlerweile droht die DUH auch Euro 6-Fahrverbote an, die gerichtlich durchgesetzt werden sollen. Symptomatisch für Ihre Politik ist das Plastiktütenverbot. Ein großes Symbol, das aber, weil die Plastiktüten mit Papiertüten ersetzt werden, am Ende negativ für die Umwelt ausfallen wird. Die deutsche Nationalmannschaft hat im Spiel gegen Nordirland gezeigt, dass wir Fußball können. Zeigen Sie bitte, dass wir auch Umweltschutz können, und zwar nachhaltig. Das ist ökologisch, aber auch ökonomisch und sozial. Wenn Sie Ideen brauchen, lesen Sie unsere Anträge. Das Wort zu einer kurzen Invention hat der Kollege Marc Bernhard. Aus der AfD-Fraktion. Frau Kollegin Skudelny, jetzt haben Sie ja gerade zu Recht angesprochen, dass hier im Bundesumweltministerium Steuergeldverschwendungen in höchstem Maße 600 Millionen für Berater verschwendet wurden, ohne dass das Ministerium wirklich Rechenschaft darüber ablegen möchte. Jetzt hat ja die AfD-Bundestagsfraktion einen Antrag auf den Untersuchungsausschuss gestellt, dass eben diese Berateraffäre lückenlos und, wie Sie ja auch gesagt haben, aufgeklärt werden soll. Dafür haben Sie ja gerade eben plädiert. Werden Sie unseren Untersuchungsausschuss dann den Antrag auf den Untersuchungsausschuss unterstützen oder nicht? Frau Kollegin, bitte. Also, ich weiß nicht, ob Sie bei der Debatte da waren, wo wir genau das besprochen haben, aber tatsächlich ist Ihr Antrag so schlecht handwerklich gemacht, dass wir den nicht unterstützen können. Vielen Dank. So, jetzt kommt als nächster Redner der Kollege Ralf Lenkert für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, jeder 120. Euro des Bundesetats wird für Umwelt- und Klimaschutz oder für die sichere Verwahrung des Atoms ausgegeben. Jeder siebente Euro für Militär, für Waffen- und Kriegseinsätze. Es wird Sie nicht überraschen, dass wir als Linke Aufrüstung und Krieg ablehnen. Und bevor Sie fragen, was hat das mit dem Umweltetat zu tun? Viel, sehr viel. Kriege töten, zerstören Städte und Natur. Waffen verschwenden sinnlos Rohstoffe. Rüstungsforschung perfektioniert Zerstörung. Ich finde es beschämend, wie viel Energie die Koalition in die Erreichung des 2-Prozent-Rüstungsziels der NATO steckt, im Gegensatz zur Erreichung der Klimaziele. Ich finde es zynisch, dass Sie Klimaschutz zur Hauptaufgabe erklären und dann 2,9 Milliarden für Umweltschutz, aber 50 Milliarden für Militär einstellen. Die Union hat eine Haltung, die ich nicht verstehen kann. Sie verschwenden Geld für Aufrüstung, aber sobald es um Umweltschutz, um Gesundheit oder Renten geht, ist nichts vorhanden. Dann sparen Sie. Es fehlt nicht an Geld, Sie setzen die falschen Prioritäten. Aber selbst bei diesem niedrigen Umweltetat würde die Linke andere Schwerpunkte setzen. Wir fordern Totalschutzzonen in Nord- und Ostsee, damit Dorsch, Makrele und Hering sich erholen können und 50 Millionen Euro, damit auch die Fischer überleben. Wir fordern 50 Millionen Euro für kommunalen Lärmschutz, damit Anwohnerinnen und Anwohner gut schlafen können. 110.000 Hektar des Deutschen Waldes wurden in den letzten zwei Jahren Opfer von Stürmen, Dürren und Burgenkäfern. Die Forstbetriebe brauchen dringend 200 Millionen Euro Soforthilfe zur Schadholzaufarbeitung und zur Wiederaufforstung. Das Insektensterben bedroht Vögel, Fische, Säugetiere und letztlich uns Menschen. Draußen demonstrieren die Landwirte. Sie demonstrieren für ihre Zukunft. Sie legen Blühstreifen an. Landwirte wissen, dass sie Insekten brauchen und wollen sie schützen. Aber ihnen fehlen schlecht die Mittel, und sie müssen überleben. Und da stellen wir uns erst mal die Fragen, was alles Ursachen des Insektensterbens sind. Die Zersiedelung der Landschaft, die zunehmende Beleuchtung in unseren Städten und der stetig wachsende Verkehr auf unseren Straßen. Und natürlich auch die Landwirtschaft. Und da hat die Union versagt. Verkehrsvermeidung? Fehlanzeige. Lichtschutzgesetz? Verschlafen. Beim Flächenverbrauch? Ziele verfehlt. Nur die Landwirte sollen über das Insektenprogramm das Sterben aufhalten. Verdienstausfälle im Gegensatz zur Kohlelobby werden nicht kompensiert. Das ist ein Versagen, und zwar insbesondere der Union. Mehr Tiere auf der Weide heißt auch mehr Insekten. Eine Weidetierprämie würde da echt helfen. Wer lehnt sie ab? Die Union. Und draußen erklärt die Union den Landwirten, Insektenschutz wäre nicht finanzierbar. Das sind die ich verloben. Die Linke fordert 50 Millionen Euro für die Beseitigung der Munitionsaltlasten in Nordostsee und in den Wäldern Ostdeutschlands. Und es ist egal, ob die Granaten, Patronen oder Bomben aus Alliierten oder deutschen Waffen stammen. Diese Kriegsreste-Probleme müssen beseitigt werden, uns verschleunigt, damit zukünftig weniger Wald durch Waldbrände verloren geht. Und der Kreis schließt sich. Waffen, Armeen und Kriege zerstören die Umwelt. Wer die Umwelt, das Klima ernsthaft retten will, muss auch konsequent für Frieden eintreten. Vielen Dank. Ralf Lenkert war das für Die Linke. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort der Kollege Gerhard Zickenheiner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Schulze. Über zehn Jahre hat es gedauert, erster Anlauf im Frühjahr kläglich gescheitert. Aber wir haben ein Klimagesetz. Dieses Sammelsurium an unkoordinierten Einzelmaßnahmen und die fast schon zynischen 10 Euro pro Tonne CO2 verkaufen Sie uns nun als die Steinchen der Weisen. Das, was für die 1,4 Millionen Menschen bei Fridays for Future am 20. September und allen anderen, die sich halbwegs ernsthaft mit unserem Klima und unserer Umwelt auseinandersetzen, ein Schlag ins Gesicht. Das muss Sie doch erschrecken, dass die Fachwelt ihre Klimapäckchen geschlossen ablehnt und aussagt, dass damit das 1,5- oder 2-Grad-Ziel nicht zu erreichen ist. Mit so viel Ablehnung aus der Wissenschaft müssen sich ja sonst nur notorische Klimaleugner aus der Rechtsaußenecke rechtfertigen. 54 Milliarden soll es geben und leider sind im Haushalt nur rund 25 Milliarden zu finden. Der Rest ist seit Jahren im Energie- und Klimafonds eingeplant gewesen. Wenn Sie gleichzeitig knausern wollen und Klima retten, dann gibt es einen sinnvollen Weg und der heißt, bauen Sie endlich die 57 Milliarden umweltschädlicher Subventionen ab. Und wenn Sie dann clever sein wollen, dann reinvestieren Sie dies in den Umweltschutz. Erlauben Sie mir einen Nebensatz zur Düngemittelverordnung zum Aktionsprogramm Insektenschutz und zu den Traktoren in Berlin. Man muss den betroffenen Landwirten auch realistische und wirtschaftliche Wege aufzeigen, wie sie zu Umwelt- und Klimaschutz beitragen können. Und das würde bedeuten, weniger ökologisch unwirksames Geld für Flächenzahlungen, aber deutlich mehr Geld für ökologische Leistungen. Das käme den Landwirten und der Allgemeinheit zugute. Reden Sie mit Frau Glöckner. Was sie in der EU bei den GAP-Verhandlungen durchsetzen will, verlängert sonst nämlich dieses elende Ausspielen der Umwelt gegen die Landwirtschaft um weitere sieben Jahre. Die Leistungsträger in Sachen Klima, Artenschutz und Umwelt finden sich statt beim Bund, eher bei den Ländern und insbesondere bei den Kommunen. Ihre eigenen Parteigänger, Stadt- und Kreisräte sind da ja schon oft mit dabei, wenn Bäche revitalisiert werden, Klimakonzepte und Radverkehrspläne geschrieben werden, mit den spärlichen Mitteln, die Sie ihnen zur Verfügung stellen. Ihre Leute vor Ort überholen Sie, ohne dass Sie es merken. Die Kapitulieren vor dem staatlichen Nichthandeln und sagen sich, wir müssen es selber versuchen und rufen auf einmal mit uns Grünen zusammen den Klimanotstand aus. Ich rede von Ihrer Basis. Da, wo die Menschen leben, bei den Kommunen, in den Dörfern, zeigt sich nämlich am deutlichsten, dass das, was Sie hier tun, nirgends hinreicht und zu dem Verlierer zurücklässt. Wir müssen zwei- bis dreimal so viele Busse in die Dörfer schicken, um den Menschen dort berechtigte Hoffnung zu machen, dass es irgendwann auch einmal ohne Auto geht oder vielleicht zumindest mit einem. Und wir müssen vier- oder fünfmal so viele Bestandsgebäude jährlich dämmen, um die Teilziele von Paris in dem Segment überhaupt zu erreichen. Stattdessen fördert Herr Scheuer hauptsächlich Elektroautos, am stärksten die Modelle, die definitiv nicht umweltfreundlich sind, die großen und schweren Boliden, frei nach dem Motto, wir verbrennen jetzt Geld statt Diesel, das stinkt dann weniger, wenn wir morgens wieder alle im gleichen Stau sitzen. Das wird Antriebswelle, Antriebswende und nicht Mobilitätswende. In Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehen Sie auf der Regierungsbank immer noch die Bedrohung Ihres Wertesystems. Dabei liegt genau darin, und zwar untrennbar zusammen, die Antwort auf die Bedrohung dieses Planeten. Gerhard Zickenheimer war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Michael Theps hören wir jetzt für die Sozialdemokraten. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe Parlamentarischer Beirat für nachhaltige Entwicklung. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, neben den Fragen des Klimaschutzes, über die wir heute ja schon viel gehört haben und die wir jetzt einsteigen mit dem Klimaschutzgesetz, und ich will das noch mal sagen, mit vielen anderen Initiativen auch. Man muss das ganze Paket sehen. Und wenn ich das teilweise so höre, wie jetzt schon am Anfang viele Dinge schlecht geredet wird, würde ich mir mehr Optimismus wünschen, die Dinge anzugehen, weil wir werden die ganze Gesellschaft brauchen, um bei diesem Thema alle mitzunehmen. Ist die Vermüllung der Weltmeere natürlich ein Riesenproblem? Und ich will darauf eingehen, dass wir es im Haushalt, im letzten Haushalt schon geschafft haben, 50 Millionen Euro für dieses Riesenproblem einzustellen. Vielen Dank auch noch mal Andrea Schwarz, der sich da massiv eingesetzt hat. Und auch in diesem Haushalt können wir das noch mal um 15 Millionen Euro verstärken. Geld ist immer das eine. Aber Frau Ministerin, das Geld muss ja nachher auch in Projekte umgewandelt werden. Ich war letzte Woche auf der Konferenz der Kreislaufwirtschaft gegen die Meeresvermüllung. Eine sehr spannende Geschichte, weil da eben wirklich die Akteure auch vor Ort waren, weil da die Projekte mal vorgestellt wurden und weil da auch die Marschrichtung klar geworden ist. Man muss an der Stelle das Ministerium loben dafür, dass sie eben erkannt haben, dass wir an der Wurzel ansetzen müssen. Wir wissen, dass in Asien und in Afrika durch die Flüsse und durch die Küstenregionen eben der Müll in die Meere eingetragen wird. Und dass wir dort ganz am Anfang ansetzen müssen, wenn wir eine weitere Vermüllung verhindern wollen. Und auch Projekte fördern müssen, die ausgehend in die Region und die Region mitnehmen, um dort eben mehr zu erreichen. Dafür braucht man Partner. Und es war sehr interessant, sage ich mal, dass zum Beispiel das WWF schon in dieser Region am Mekong ein Projekt über Jahre betreut, was jetzt eben mit diesen Geldern, die wir freigemacht haben, verstärkt werden kann. Nur 14 Prozent des Plastikmülls in dieser Region werden überhaupt gesammelt. Das heißt, der größte Teil, 86 Prozent, gehen auf mehr oder weniger geordnete Deponien und landen bei jedem Starkregenereignis gegebenenfalls in den Flüssen und in den Meeren. Ich finde es gut, sage ich mal, dass wir die Dinge so angehen. Und ich glaube, dass wir mit diesen Lösungen einen wichtigen Beitrag leisten können. Die Reduzierung des Plastikmülls ist aber nicht nur in anderen Ländern, sondern natürlich auch bei uns ein Anliegen. Und die Zahlen für 2017 haben es gezeigt. Wir haben 2017 noch einen Anstieg um drei Prozent Verpackungsmüll gehabt. Ich hoffe, dass wir jetzt bald den Return schaffen und auch eine Senkung erreichen. Die Ziele oder, ich sage mal so, die Diskussionen, die wir zurzeit in der Gesellschaft haben, aber auch im Handel, im Gewerbe, in der Industrie, setzen teilweise die richtigen Akzente. Aber wir müssen hier natürlich dafür sorgen, dass das, was wir mit dem Verpackungsgesetz angefangen haben, jetzt wirklich auch ein Erfolg wird. Deswegen müssen wir darüber nachdenken, ob wir zum Beispiel auch Rezyklate stärker wieder einsetzen. Eine Mindestrezyklarkote könnte ich mir sehr gut vorstellen, um das wirklich auch verbindlicher zu machen und eben auch hier Planungssicherheit für alle zu erreichen, die an diesem Thema arbeiten. Ich will als weiteres Thema noch einmal eingehen auf die Investition in intakte Ökosysteme. Wir investieren 6,8 Millionen Euro in die Finanzierung und die Verfestigung des Blauen Bands. Ich finde dieses Projekt sehr wichtig und richtig. Wir investieren in intakte ökologische Gewässer in Augebiete. Und ich bin sehr froh, dass wir es geschafft haben, diese Mittel zu verstetigen. Man muss aber auch so ein bisschen nach rechts und links gucken. Deswegen freue ich mich auch darüber, dass neue Stellen bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung geschaffen werden. Ja, kann man an der Stelle auch mal sagen, da geht es nämlich auch darum, dass wir ökologische Ziele aus der Wasserrahmenrichtlinie wirklich umgesetzt werden. Das geht nur mit den entsprechenden Planungsressourcen, die wir dort vor Ort auch halten müssen. Deswegen 29 Stellen für den Natur- und Umweltschutz. Und wenn ich dann noch meine Region noch einmal gucke ins Ruhrgebiet, auch 25 neue Stellen für die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Ich habe bei mir in Hamm einen sehr großen Hafen, den zweitgrößten öffentlichen Kanalhafen Deutschlands. Und alleine hier in Hamm werden 1,6 Millionen Tonnen Schifffahrtsgüter umgeschlagen und rund 500.000 Tonnen Bahngüter jedes Jahr. So, und das muss man sich einmal überlegen, dass wenn die Infrastruktur, die wir hier haben, im Bereich der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, also unsere Kanäle, unsere Flüssen, unsere Schleusen, nicht instand gehalten werden und dort in irgendeiner Weise etwas passiert, was den Schifffahrtsverkehr beeinträchtigt, dann haben wir genau diese Mengen auf die Straßen. Das ist weder aus Sicht der Arbeitsplätze und der Industrie in meiner Region sinnvoll, noch, sage ich mal, für den Umweltschutz. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier investieren und dass wir hier weiter vorankommen. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Martin Hohmann. Und Martin Hohmann sitzt für die AfD im Haushaltsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir stehen mit diesem Haushalt des Umweltministeriums an einer Wegscheide, an einer ganz entscheidenden Gabelung. Wenn wir der vorgeschlagenen Richtung der Umweltpolitik folgen, drohen unserem Land schwerste Schäden. Das bedeutet dann nämlich das Ende von Deutschland, wie wir es kennen. Ein erstes Wetterleuchten ist der Rückgang in der deutschen Automobilindustrie mit ihrer Spitzentechnologie. Kollege Dr. Kraft hat es benannt. Uns droht Absturz mit allen Konsequenzen für das soziale Gefüge, mit unberechenbaren Auswirkungen auf den inneren Frieden. Ja, der innere Friede steht auf dem Spiel. Das liegt am Grunddogma dieses Haushalts und ihrer Umweltpolitik, Frau Ministerin. Und das Dogma lautet, Kohlendioxid ist der Klimakiller. Der von uns allen zu beobachtende Klimawandel sei menschengemacht. Menschengemacht durch Industrialisierung und den daraus resultierenden Anstieg von CO2 in der Atmosphäre. Wer diesem Dogma nicht huldigt, gilt als Klimaleugner. Er hat damit den Status eines Verstockten, eines Ignoranten und als solcher natürlich auch kein Recht, jedenfalls aus Sicht zum Beispiel der Studentenvertretung der Universität Frankfurt, dort Vorträge zu halten oder an Diskussionen teilzunehmen. Angewandte Meinungsfreiheit heute. Wir als AfD nehmen den Paria-Status auf uns. Warum? Weil wir die Vernunft, den gesunden Menschenverstand und die Wissenschaft auf unserer Seite wissen. Oft frage ich bei Gesprächen über den Klimawandel den Gesprächspartner nach dem CO2-Anteil in der Atemluft. Es kommen abenteuerliche Fehleinschätzungen. 20 Prozent, 30 Prozent. Nein, CO2 ist ein Spurengas. Sein Anteil in der Atmosphäre beträgt 0,038 Prozent. Darüber hinaus ist es ein unbestreitbar notwendiges Lebensmittel für all unsere Grünpflanzen. Wenn das Wort Dekarbonisierung mit aller Konsequenz umgesetzt würde, wenn also alles CO2 aus der Atmosphäre verschwende, dann stirbt alles pflanzliche Leben und dann alles Leben überhaupt. Zur Veranschaulichung des CO2-Anstiegs stellen Sie sich ein Quadrat mit 100 Millimetern Kantenlänge vor. Dieses Quadrat enthält insgesamt 10.000 kleine Quadrate mit 1 Millimeter Kantenlänge. Diese 10.000 Quadrate sollen für die Atemluft stehen. 7.800 wären Stickstoff, 2.100 kleine Quadrate Sauerstoff, 100 wären Edelgase und sonstige. Und 4 von 10.000 wären CO2. Um 1850, also bei Beginn der Industrialisierung, waren es 3 kleine Quadrate. Wir haben also einen Anstieg um 1 Quadrat oder 0,01 Prozent in etwa 170 Jahren. Und durch die Industrialisierung einen weltweiten, segensreichen Wohlstandsanstieg und die Möglichkeit, heute 7,7 Milliarden Menschen zu ernähren. Für die AfD stelle ich abschließend drei Forderungen. Erstens, sparsamer Umgang mit Ressourcen. Zweitens, Erforschung neuer Technologien, auch der Kernkraft. Drittens, Schluss mit dem Klimawahn. Für die CDU-CSU-Fraktion hat das Wort die Kollegin Dr. Anja Weisgerber. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Intensive und arbeitsreiche Wochen liegen hinter uns. Nicht nur hinter den Haushältern, sondern auch hinter den Umwelt- und Klimapolitikern der Union. In der letzten Woche haben wir ein umfassendes Klimapaket verabschiedet. Das Klimapaket besteht zum einen aus einem umfassenden Maßnahmenpaket mit über 60 Maßnahmen, Anreizen und auch der Förderung von Forschung und Innovation. Zweitens, aus einem Monitoring, aus einem Kontrollmechanismus, der auch von der Opposition immer wieder gefordert wurde, der uns Fortschritte bringt, weil wir in allen Sektoren immer wieder regelmäßig überprüfen, ob wir auf Kurs sind. Und drittens, einer CO2-Bepreisung. Ja, und ich bin stolz darauf, dass wir diesen Weg in die CO2-Bepreisung gehen. Und ich möchte dazu auch noch sagen, schauen Sie sich doch mal das Gesetz genauer an. Nach einer Einstiegsphase bildet sich der Preis vollkommen am Markt. Es kann der Preis auch deutlich ansteigen über dem Einstiegspreis. Und ich möchte in die Richtung der FDP sagen, wenn Sie fordern, dass von Anfang an ein Deckel vorhanden ist und der Preis sich, Frau Skudelny, komplett am Markt bildet, dann stelle ich mir wirklich vor, wie die FDP es dann politisch aushält, dass zu einem Zeitpunkt, wo die Bürger noch gar nicht die Möglichkeit haben, unterstützt durch Anreizen auf klimafreundliche Technologien umzusteigen, dass zu diesem Anfangszeitpunkt der Preis sehr, sehr hoch ansteigt. Das frage ich mich, wie das die FDP politisch aushalten würde. Und deswegen machen wir es anders. Wir unterstützen zunächst die Menschen dabei, auf diese klimafreundlichen Technologien umzusteigen. Und dann steigt auch der Preis in einem glaubwürdigen Anstiegspfad. Nochmal, ein solches umfassendes Paket hat es in Deutschland noch nie gegeben, auch nicht unter Rot-Grün. Und die Kolleginnen und Kollegen, auch von den Grünen, haben jetzt auch eine Verantwortung. Denn sie müssen dafür Sorge tragen, dass dieses Paket dem Bundesrat auch passiert. Dass zum Beispiel die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung auch durch den Bundesrat geht. Und ich muss an der Stelle sagen, ich finde es unglaubwürdig, dass der Bundesrat im Zweifel immer dann wenig Geld hat, wenn es um Klimaschutz geht. Und ansonsten aber immer predigt, dass wir etwas tun müssen. Wir tun was, jetzt sind Sie am Zug. Meine Damen und Herren, ich kann es nicht oft genug sagen. Klimaschutz funktioniert nur mit den Menschen, nicht gegen sie. Und deshalb ist es ein Riesenschritt nach vorne, dass der vorliegende Haushaltsentwurf Mittel in Milliardenhöhe für den Klimaschutz enthält. Insgesamt 54 Milliarden Euro werden wir in den nächsten Jahren in den Klimaschutz investieren. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, treiben wir den Klimaschutz voran, national und auch international. Der Emissionshandel gibt uns die Möglichkeit, mit den Einnahmen, die wir aus dem Emissionshandel haben, Gelder in den Energie- und Klimafonds fließen zu lassen und daraus wieder Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu investieren. Sieben Milliarden Euro aus dem Energie- und Klimafonds werden eingesetzt für Förderprogramme zur CO2-Minderung, unter anderem für die eben schon angesprochene energetische Gebäudesanierung. In Zukunft können die Bürgerinnen und Bürger neben den bestehenden Zuschussprogrammen, die auch weitergeführt werden, die attraktiver gemacht werden, auch Steuern sparen, wenn sie ihr Haus energetisch sanieren. Darüber hinaus wird es Austauschprogramme bezüglich alter Heizungsanlagen geben und es wird zum Beispiel auch der Ausbau der Elektroladesäulen gefördert. Wir machen einiges für die Batterie- und Wasserstoffförderung. Der Einzelplan des BMU enthält hier 24 Millionen Euro für alternative Antriebe bei Bussen zum Beispiel. Wir fördern Innovation und Technologie für mehr Klimaschutz. Wir stehen zu unseren Klimazielen 2030 und wir haben das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2050. Dafür ist ein umfassender Wandel notwendig, vor allem im produzierenden Gewerbe, aber auch in der Industrie. Und unsere Industrie kann Wandel, das hat sie bewiesen. Das beweist sie auch zum Beispiel beim Thema Digitalisierung. Und sie wird auch das Thema Klimaschutz positiv meistern, davon bin ich überzeugt. Die Politik muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Industrie aber auch dabei unterstützt wird. Und deswegen bin ich froh, dass auch ein Dekarbonisierungsprogramm im Bereich der Industrie vorgesehen ist. Anfangs mit 70 Millionen Euro. Die Mittel werden auf über 600 Millionen Euro anwachsen. Das ist ein wichtiges Förderprogramm für Investitionen in CO2-arme Industrieprozesse. Ebenso wichtig ist mir das Programm zur Förderung von Wasserstoff. Denn das ist eine Riesenchance zur CO2-Vermeidung und zur Nutzung von CO2 auch in der Rohstoffindustrie. Das sind die Technologien der Zukunft, meine Damen und Herren. Deutschland verfügt über exzellentes Ingenieurs-Know-how, das uns eigentlich die ganze Welt beneidet. Und diesen Trumpf, meine sehr geehrten Damen und Herren, diesen Trumpf, den müssen wir doch noch viel, viel stärker ausspielen. Weil Klimaschutz kann auch die Konjunktur beleben. Klimaschutz kann auch riesige Vorteile für die Wirtschaft, für die Arbeitsplätze bringen. Und Deutschland hat auch international eine Verantwortung. Als großes Industrie- und Wirtschaftsland müssen wir den anderen Ländern in der Welt auch zeigen, dass im Klimaschutz Chancen stecken, dass man Wachstum und den CO2-Ausstoß entkoppeln kann. Wir müssen die Entwicklungs- und Schwellenländer dabei mitnehmen. Und deswegen ist es auch richtig, dass Entwicklungshilfeminister Müller hier viele wirkungsvolle Projekte auf den Weg gebracht hat, dass wir jetzt 100 Millionen mehr für den internationalen Klimaschutz investieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich komme zum Ende. Ökonomie und Ökologie sind miteinander vereinbar. Das spiegelt auch der Haushalt wieder. Wir machen hier einen großen Schritt voran. Und eines habe ich mir für ganz für das Ende aufgehoben. Mit dem Haushalt 2020 werden wir auch für den CO2-Ausgleich für die Dienstreisen von Bundestagsabgeordneten 300.000 Euro vorsehen. Sie werden in Maßnahmen zur Aufforstung gesteckt. Und darüber, meine Damen und Herren, sollten sich vor allem die Kolleginnen und Kollegen der Grünen freuen. Denn wie kürzlich bekannt wurde, fliegen die grünen Bundestagsabgeordneten auf Dienstreisen pro Kopf am häufigsten. Vielen Dank. Anja Weisgerber war das für die Unionsfraktion. Und genau wie Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sie das Klimapaket der Bundesregierung verteidigt. Das ist übrigens am Freitag im Bundesrat. Und es gibt schon verschiedentlich die Ankündigungen, nicht nur von den Grünen, sondern auch von Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holsteinsministerpräsident Daniel Günther, dass das Ganze dort erst mal in den Vermittlungsausschuss gehen könnte. Also das am Freitag dann im Bundesrat. Jetzt hören wir ja den letzten Redner hier zum Einzelplan Umwelt. Rüdiger Kruse für die Unionsfraktion. Das ist die Schuldenbremse. Und wir haben zusätzlich die Verpflichtung dieser Koalition, dass wir keine neuen Schulden machen, die berühmte schwarze Null. Und das steht über allem. Und daran muss sich jedes Haus halten. Das heißt, in der Zusammenfassung muss das Ergebnis stimmen. Wenn es noch nicht stimmt, muss es nachjustiert werden. Unter anderem eine Aufgabe des Haushaltsausschusses. Und dann gibt es daneben eine Debatte, eine fachlich geprägte Debatte in jedem einzelnen Ressort, die dann auch immer wieder fragt, was für eine Auswirkung hat denn zum Beispiel eine Maßnahme im Umweltschutz auf den Bereich Wirtschaft. Und im Bereich Wirtschaft kann man es genau umgekehrt fragen. Und Dinge, die man vielleicht bei Umwelt vermisst, inhaltlich, sind in Wirklichkeit bei Verkehr geregelt. Manchmal wird das ja auch angesprochen, was wir dort machen. Aber dafür haben wir keine klaren Regeln. Wir haben keine Möglichkeiten, das festzustellen. Und bei Haushalt, bei dem finanziellen Aufwand, haben wir dann ja auch noch den Bundesrechnungshof, der uns kritisch begleitet. Das heißt, wir haben immer eine Prüfinstanz. Das, was die zweite Debatte ist, das ist das, was Nachhaltigkeit ist. Wirtschaft, Umwelt, Soziales, die verschiedenen Auswirkungen. Der Anspruch, Einzelthemen miteinander in den Einklang zu bringen, das sind die Nachhaltigkeitsziele. Ja, gibt es dort denn keine feststehenden Regeln? Gibt es da nicht so etwas wie die Schuldenbremse? Ja, natürlich doch. 2015 beschlossen, nicht in Deutschland alleine, sondern weltweit. Das sind die 17 Nachhaltigkeitsziele, die haben wir festgelegt. Das sind nicht 17 Ziele, die sich irgendeine NGO ausgedacht hat, wo dann die jeweilige Opposition der jeweiligen Regierung vielleicht vorhalten könnte, dass sie diese Ziele verfehlt. Und die Regierung kann sagen, das sind ja nicht unsere Ziele, sondern das sind die Ziele von dieser Regierung. Das sind auch die Ziele der zukünftigen Regierung. Das sind auch die Ziele von allen europäischen Regierungen. Das sind die weltweit geeinigten Ziele. Aber wir haben weder eine Debatte dazu, noch haben wir ein Berichtssystem, das uns eine solche Möglichkeit eröffnet. Und Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion, hat das ja schon postuliert. Was wir brauchen, ist ein Berichtssystem, das auch diese Kriterien erfasst. Wir müssen in die Lage versetzt werden, zu sehen, dass eine Maßnahme, die wir meinetwegen im Landwirtschaftsbereich machen, welche Auswirkungen die wiederum im Umweltbereich hat. Um dann zu sehen, ob das im Einklang mit allen 17 Zielen ist. Und wir können zwar feststellen, dass sich das Parlament und Federführer und dann der Haushaltsausschuss sehr intensiv damit beschäftigt hat, die Veränderungen, die wir jetzt noch vorgenommen haben in den einzelnen Haushalten, die sind alle kongruent zu den 17 Nachhaltigkeitszielen. Das ist ein großer Erfolg. Aber das reicht natürlich nicht, weil Sie, wenn es nur um Zuwächse geht, nicht ausreichend einen so großen Tanker umsteuern. Das heißt, unsere Bemühung muss es sein, dass wir für die Zukunft eine Nachhaltigkeitsdebatte ähnlich wie die Haushaltsdebatte führen. Und dass wir dafür auch ein Berichtssystem entwickeln, dass wir Kriterien entwickeln, an die sich die Bundesregierung halten muss, die wir kontrollieren können. Und wo es dann auch wiederum eine Prüfinstanz wie den Rechnungshof, könnte auch der Rechnungshof machen, gibt, der diese Dinge überprüft. Und wir jeweils auf dieser Grundlage die Debatte führen. Anders werden wir uns immer mit singulären Themen beschäftigen, ohne die Auswirkungen auf etwas anderes feststellen oder überprüfen zu können. Weil natürlich niemand die Absicht hat, die deutsche Automobilindustrie lahmzulegen. Noch hat jemand die Absicht, Windenergie aus diesem Land zu vertreiben. Aber natürlich muss man sehen, mit welcher Regelung, die gut gemeint ist, man was auf einer anderen Seite bewirbt. Und das, was wir versuchen sollten, ist das, was eigentlich auch dem... Wir sind ja hier ja alle Deutsche. Laut Staatsbürgerökunde ist das so. Sonst wären Sie nicht im Parlament. Und es gibt etwas, was sehr, sehr deutsches. Das ist der kategorische Imperativ. Und das, worauf wir uns verständigen sollten, ist, dass zukünftig Nachhaltigkeit der kategorische Imperativ der deutschen Politik wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Große. Ich schließe die Aussprache zu Einzelplan 16. Und wir kommen zur Abstimmung über den Einzelplan 16 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit, und zwar in der Ausschussfassung. Es liegen dazu zwei Änderungsanträge der Fraktion der AfD vor. Zu einem Änderungsantrag verlangt die Fraktion der AfD namentliche Abstimmung. Wir beginnen zunächst mit der einfachen Abstimmung. Änderungsantrag auf Drucksache 15463. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind alle übrigen Fraktionen. Der Änderungsantrag ist damit abgelehnt. Wir stimmen nun über den Änderungsantrag auf Drucksache 15464 auf Verlangen der AfD-Fraktion namentlich ab. Und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. So, der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich hat hier ganz formal, wie sich das gehört, hier in den Haushaltsberatungen jetzt noch einmal erläutert, was jetzt im Folgenden passiert. In den Haushaltsberatungen ist es so, dass die Einzelpläne, die ja jetzt in den kommenden vier Tagen gelesen werden, jeweils abgestimmt werden. Dann in zweiter Beratung und dann am Freitag in der Schlussrunde mit dem gesamten Haushaltgesetz und der mittelfristigen Finanzplanung dann in dritter Lesung abgestimmt werden. Allerdings haben die Fraktionen jetzt noch einmal die Gelegenheit, beispielsweise mit Änderungsanträgen zu einem Einzelplan, wie es hier passiert, zum Einzelplan 16, nämlich eben Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, jetzt noch einmal Änderungsanträge zu verlangen. Die AfD-Fraktion hat es in diesem Fall getan und Sie sehen, zu einem dieser Anträge namentliche Abstimmungen verlangt, Verzeihung, also um was geht es? Die AfD fordert in diesem Änderungsantrag, dass die Aufgaben des Umweltbundesamtes auf den Umwelt- und Naturschutz beschränkt werden sollen. Das Umweltbundesamt, das ist ja die zentrale Umweltbehörde in Deutschland, gehört zum Geschäftsbereich des Umweltministeriums. Und die AfD ist der Ansicht, dass beispielsweise der Klimaschutz, so heißt es im Änderungsantrag, nicht unbedingt zu den Aufgaben des Umweltbundesamtes gehört, sondern die zentrale Aufgabe sei eben wissenschaftliche und fachliche Zuarbeit im Natur- und Umweltschutz. Und deswegen fordert die AfD entsprechend auch hier Haushaltsmittel, um zu widmen, damit die dem Umweltbundesamt nur für Naturschutz und Umweltaufgaben zur Verfügung stehen sollen.